Hallihallo, liebe Harry Potter Fans und heute mache ich mal eine Review zu Harry Potter und der Stein der Weisen bei einer sehr blöden Temperatur. Ach, wärme ist nicht so gerade, mein Freund. Ich freue mich schon sehr auf die kühle Jahreszeit. Aber naja, solange das noch nicht da ist, müssen wir das halt durchziehen. Und ja, jetzt in den meisten Kinos läuft jetzt gerade die Harry Potter Reihe nochmal. Und ja, jetzt in den nächsten Mal.